Los, zeig sie! Und sie! Ja, Mann! Bruno, wir wollen jetzt fahren! Bruno! Mach ihn fertig! Eins, zwei und... Scheiße! Leute, sind eure Handys alle aus? Das hab ich gemeint, Rih. Gibt es da WLAN? Wir fahren doch nicht nach Schweden, um auf einen Computer zu starren. Jetzt werden wir uns eine schöne Zeit machen und die herrliche Natur genießen. Rih, lass dir doch auch mal was. Hört auf! Oder wir fahren nach Hause. Ja, nach Hause. Wenn du keine Lust hast, machst du mit uns eben keine Ferien, okay? Bruno? Dann gehen wir ihn suchen. Scheint seine Absicht zu sein. Bruno! Bruni! Es war hier. Sehen Sie? Bruni! Was ist im Internet? Er muss nach Hause gegangen sein. Er wollte gar nicht mit uns Urlaub machen. Wir finden ihn. Wir finden ihn. Glaub mir. Warum such dir nicht ein bisschen besser? Jetzt hab ich nur noch dich. Willst du vielleicht Taiki heißen? Uh! Unser Junge überlebt das alles doch bloß ein paar Tage. Er kann nichts verlieren. Talent, funktioniert das immer. Bruni! Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017